Hallo und herzlich Willkommen. Ihr habt wieder bei einer neuen Folge des Hardware Talks eingeschaltet. An meiner Seite der Wolfi. Servus, grüß euch. Ich bin der Felix. Wir schauen uns heute an, warum Falten doch sexy sind. Wir haben zwei wunderbare Smartphones eingesteckt. Genau, wir haben zwei Geräte dabei, wie der Felix schon gesagt hat. Das neue Falt-Line-Up von Samsung, und zwar das Galaxy Z Flip 3, das man hier so schön falten kann. Und der Felix hat sich angeschaut, das Samsung Galaxy Z Fold 3. Das haltet man so. Genau, das werden wir heute wieder in vier Kategorien besprechen, bewerten und zu einem Fazit kommen, was heute neu ist. Wir haben ein Special, wir haben einen Gast eingeladen und zwar einen Kollegen von Samsung, der dann am Ende der Sendung zu uns stoßen wird. Genau, und Fragen beantwortet, richtig. Und für euch wichtig, wie immer kommentieren, kommentieren, kommentieren. Denn ihr habt die Chance, ein wahnsinnig tolles Smartphone, nämlich der Samsung Galaxy Z Flip 3 zu gewinnen. Also stellt eure Fragen unter dieses Posting und ihr setzt dabei bei der Verlosung. Großartig. In dem Sinne steigen wir gleich ein. Erste Kategorie Design. Nun, erste Kategorie Design. Wisst ihr vielleicht schon, wir werden in jeder Kategorie bis zu zehn Punkte vergeben. Der Wolfi hat sich konkret das Z Flip 3 angesehen. Bei mir auf meiner Seite ist es das Z Fold 3. Das heißt, wir reden entsprechend über das jeweilige Gerät. Beim Design die letzten Jahre, man kann schon sagen, Handy ist doch ein großer Einheitsbrei. Die sehen alle sehr ähnlich aus. Da bei diesen beiden Geräten haben wir jetzt ganz was Neues. Zersticht sofort ins Auge. Deines falte ich horizontal. Bei mir falte ich vertikal. Was muss man auch wissen? Was man wissen muss, ist, dass man nicht so wie bei den ersten Versionen, wie die Folds rausgekommen sind, da gab es auch viel negative Presse, dass das Scharnier sofort verschmutzt ist oder dass sich das Display ablöst, was weiß ich. Das waren alles Kinderkrankheiten. Das kommt vor, wenn so eine neue Produktklasse eingeführt wird. Mittlerweile sind die aber so gut gebaut, dass sie extrem stabil sind und man eigentlich nicht viel besser darauf aufpassen muss als auf ein ganz normales Smartphone. Das stimmt. Es ist auch so, sobald man es in der Hand hat, fühlt es sich auch an wie ein ganz normales Smartphone. Also man spürt auch dieses Scharnier da. Man spürt das nicht wirklich. Nach ein paar Tagen Nutzung ignoriert man das. Man spürt vielleicht, wenn man so scrollt, weil gerade eben, wenn es horrend zu Tage gefaltet wird, scrollt man halt oft mit dem Finger oder kommt man an über der Mitte. Da spürt man schon, dass da was ist, aber auch das fühlt man eigentlich nicht mehr wirklich bewusst nach ein, zwei Tagen. Und sehen tut man es auch nicht. Also ich setze es eh hier in der Kamera. Man sieht bei hellen Hintenkunden diese Falze überhaupt nicht bei dem Smartphone. Das falte dann vielleicht auf, wenn es ausgeschalten ist, aber da verwendet man das Handy nicht und vor allem klappen es dann zu und dann sieht man es eh gar nicht mehr. Und zugeklappt ist es halt wirklich cool. kompakt. Also mir hätte es schon ziemlich gut gefallen. Ja, an deinem positiven Feedback kann ich mich anschließen. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe in der Mitte auch diese Falze. Die sehe ich wahrscheinlich die ersten Tage. Ist es mir aufgefallen? Jetzt habe ich das Ding fast eine Woche oder so getestet. Mittlerweile geht es fließend über. Das ist natürlich auch in den Apps, das stört mich nicht. Also grandios gelöst. Wenn du sagst ein Smartphone, meine persönliche Meinung für mich, das ist eher ein Tablet. Wenn ich mir das Ganze wie ein Buch vorstelle, ich habe ein Buch, das sich auffällt, habe dann meine Inhalte, das volle Erlebnis. Ich sehe den riesigen 7,6 Zoll Bildschirm wie der AMOLED. Extrem hell, also wieder Rekordwerte 1200 Nits. Das kann Samsung einfach die Bildschirme. Wir haben 120 Hertz am Innenbildschirm und erstmalig auch am Außenbildschirm auch 120 Hertz. Ich zeige das einmal in die Kamera. Das heißt, wir haben sehr flüssige Inhalte, vor allem wenn ich viel scroll, lange Texte lese. Das ist flüssig und angenehm fürs Auge. Ich falte das Ganze zu und habe dann, anders als bei dem Buchdeckel, wo ich jetzt vielleicht nur den statischen Inhalt habe, das volle Erlebnis. Ich kann sämtliche Apps verwenden. Ich kann damit telefonieren, Nachrichten schreiben, habe hier draußen dann noch einmal einen 6,2 Zoll großen Display. Das heißt, ich kann alle meine Apps dort abrufen, Nachrichten verfassen, jemanden anrufen und ich bin aber ehrlich, das Gerät holt man sich, glaube ich, wirklich nicht wegen dem Außendisplay, obwohl das spitze ist. Man will dieses Erlebnis haben. Ich will es haben, dass ich das aufglaubte Smartphone und da wirklich mein Multitasking betreibe, meine drei Apps nebeneinander anordne und mit dem wirklich arbeite. Das ist der Grund. Auch wenn, wie gesagt, das Außendisplay wunderbar funktioniert. Ich werde aber wahrscheinlich in 90 Prozent der Fällen genau dieses Innendisplay verwenden. Wobei, ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, der Felix könnte es auch gekauft haben und kein einziges Mal aufgeklappt. Das ist wirklich ein total vollwertiges Außendisplay. Das ist beim Z Flip 3 nicht ganz so der Fall. Da hat man halt draußen ein Always-On-Display. Da kann man sich Widgets einblenden lassen, wie Musikwiedergabe, die sind fix vorgegeben, oder Kalendereintrag, dass er das anzeigt, beziehungsweise blinkt, wenn es eine Benachrichtigung gibt. Viel mehr kann das aber nicht. Beim Fold 3, im Gegensatz dazu eben, kann man auch, das müsste man nie aufklappen. Man kann es kaufen und zwei Jahre lang benutzen und kein einziges Mal aufgeklappt haben, wird wie ein ganz normales Smartphone funktionieren. Ja, natürlich nutzt man es auch, aber dass das Erlebnis ist, wie gesagt, wenn man es aufklappt, weil der klassische Handschmeichler ist es nicht. Ja. Das muss man schon sagen. Also das Gerät hat 271 Gramm. Das heißt, man merkt schon, wenn man das in die Hosentasche einsteckt oder in die Brusttasche, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Ich nehme das Gerät genau aus diesem Grund, weil ich das haben will, weil ich unterwegs Mobil Multitasking betreibe und deswegen greife ich zu dem. Und wie du auch schon gesagt hast, nun kommen wir glaube ich schon zur Bewertung, vom Material, von der Stabilität zur ersten Generation, da liegen Welten dazwischen. Ja, stimmt ja. Das ist so stabil. Wir haben ja Gorilla Glas Victus, also das aktuellste, verbaut. Am Scharnier wurde geschärft. Einen Aluminiumrahmen, der alles zusammenhält. Genau. Fingerabdrucksensor auf der Seite, der auch spitze funktioniert. Deswegen, ich gebe volle 10 von 10 Punkten. Genau. Also das gebe ich auch, weil, wie der vielleicht schon gesagt hat, ich konnte mir das erste Flip anschauen, wie das rausgekommen ist, eben vor ungefähr eineinhalb Jahren. Und das war wirklich noch was anderes. Da ist auch ziemlich leicht Staub ins Scharnier gekommen. Das ist jetzt in sich geschlossen. Es ist zwar nicht staubzertifiziert, aber ich bin mir sicher, dass es nicht so einfach möglich ist, dass es zum Knacksen oder Knarren beginnt, weil er sich da irgendwas verfangen hat. Ist ein super Gerät, man muss nicht besonders darauf aufpassen. Von mir gibt es auch 10 von 10 Punkten. Sehr gut. Damit haben wir die erste Kategorie abgeschlossen. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, bin wieder ein Gewinnspiel dabei. Genau. Zu gewinnen gibt es das Samsung Galaxy Z Flip 3. Einfach nur kommentieren, posten oder Fragen stellen unter diesem Posting. Also kommentieren, kommentieren, kommentieren. Dann gehört das bald einem von euch. Wir drücken die Daumen. Wir kommen auch direkt zur nächsten Kategorie. Das ist die Kategorie Kamera. Also ich habe mir eben angeschaut, die vom Samsung Galaxy Z Flip. Was man vielleicht gleich dazu sagen muss, nur wegen der Kamera wird man sich das Smartphone nicht kaufen. Die ist nämlich, was die Qualität betrifft, nicht ganz so gut wie bei Spitzenhandys wie dem Samsung Galaxy S21 Ultra oder auch dem normalen Samsung Galaxy S21. Es ist eine Dual-Kamera, also einmal Weitwinkel und einmal Kleinbild. Man merkt vor allem in der Nacht, dass sie halt nicht ganz so kompetitiv ist, also bei sehr dunklen Bereichen. Hier im Bild sieht man es da zum Beispiel bei den Sträuchern. Bei dem S21 Ultra wird man da wahrscheinlich noch Details und Blätter erkennen, aber da ist es halt einheitlich dunkel. Die Aufnahmen werden trotzdem okay. Für Schnappschüsse und so weiter reicht es auf jeden Fall, aber über drüber ist jetzt einmal nicht, würde ich sagen. Das ist beim Fold, Felix, ein bisschen anders. Das ist anders, weil du sagst nur Schnappschüsse. Also bei mir ist es sehr, sehr gut. Blenden wir euch auch ein paar Bilder ein. Man kann das sehr gut mit dem Lineup vom S21 vergleichen. Ich drehe das Ganze einmal um. Ich habe auf der Rückseite, dass man das auch sieht, ich habe hier drei Linsen mit jeweils 12 Megapixeln, eine Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera, wenn ich einmal mehr ins Bild reinbekommen will und dann noch eine bis zu zweifach optische Zoom-Telelinse. Das heißt, das ist sogar besser als beim S21, zwar schlechter als beim S21 Ultra. Das heißt, wenn man bei Samsung das Allerbeste haben will, was Kamera betrifft, greift man weiterhin zum Ultra. Wahrscheinlich, ja. Aber für das Gesamtpaket, dass ich diesen Falkmechanismus habe, ist das Kamerasetup genial. Was neu ist auch bei Samsung und mit dem werden sie auch groß, und zwar auf der Vorderseite haben wir die erste Selfielinse, die ist erstmalig bei Samsung unter dem Bildschirm verbaut. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir immer eine Bandschule gehabt bei Samsung meistens. Das ist ja nicht. Das heißt, der Bildschirm ist ja nicht unterbrochen. Meistens sieht man es nur bei starkem Gegenlicht oder sehr hellen Hintergründen, fällt die Kamera schon auf. Hier im Dunkeln sehe ich es fast gar nicht. Ich bin aber ehrlich, sie ist nett. Aber für Notfälle, wenn ich zum Beispiel einen schnellen Videocall mache, dann werde ich zu dir greifen. Wenn ich es aber dann doch etwas besser haben will, dann werde ich die zweite Selfie-Kamera nehmen. Und zwar ist die hier am Außendisplay, wenn ich das anbekomme, hier oben, die hat sogar 10 Megapixel. Das heißt, die ist nochmal eine Spur qualitativ hochwertiger. Und das Allercoolste ist das, wenn ich jetzt gar keinen Stress habe und sage, ach, ich brauche ganz schnell Selfie-Kamera, sondern ich nehme mir die Zeit, kann ich sogar so machen, dass ich einfach die rückwärtige Kamera nehme, die Hauptkamera, kann mir das Außendisplay aktivieren, kann das Ganze als Sucher verwenden und dann zum Beispiel auch mit großen Gruppen damit ein Selfie machen. Da habe ich halt immer das Beste, was möglich ist. Das heißt, wenn ich die Zeit habe, werde ich immer zu dem greifen, um super Ergebnisse zu erzielen. Und so eine Hauptkamera bei mir, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, großartige Bilder, sehr schöne Bilder. Ultraweitwinkel auch, die Details an den Rändern haben mir auch gut gefallen, auch in der Nacht. Regiemodus ist auch wieder dabei, dann kommen wir auch schon aus der S21 Serie. Und da macht es auch wirklich Spaß, weil ich den großen Bildschirm habe. Ich habe unten die drei Ansichten von meinen drei Linsen und kann dann on the go wirklich zwischen diesen Linsen hin und her springen. Und das nimmt er mir dann auch flüssig auf. Ich sage vielleicht noch, was wirklich cool ist an der Bauweise von einem Z Flip. Man kann es ja einfach hinstellen, wie man will. Also jetzt zum Beispiel so. Und dann muss man draußen nur eine flache Oberfläche finden und da kann man zum Beispiel langweilig eine Zeitrafferaufnahme machen. Also ich habe zum Beispiel eine gemacht, habe zehn Minuten hingestellt und dann sind daraus zehn Sekunden war eine schöne Zeitrafferaufnahme. Das geht halt super. Und man kann es halt in jedem beliebigen Winkel machen. Das geht halt mit sonst kaum einem Handy. Da hat man schon viele neue Möglichkeiten, die man bei anderen Smartphones nicht hat. Man braucht auch kein Display. Und dann gibt es auch eine Funktion für das Außendisplay. Wenn man halt zweimal drückt, die Power-Taste, dann ist das der Sucher. Und da kann man dann halt schöne Selfies machen. Aus welchem Grund auch immer, speichert es das dann nur im 1 zu 1 Format ab. Die mit dem Front-Display aufgenommenen Fotos, aber trotzdem ist es ganz cool. Einfach abdrücken und man hat eine schöne Selfie-Vorschau. Und vor allem ist es sehr komfortabel. Also man kann das Handy, man hat das wirklich schön in der Hand, das fliegt dann nicht raus. Manchmal bei großen Handys, da hat man die Haltung auch. Genau, also natürlichere Haltung. Genau, richtig. Cool. Also diese kreativen Möglichkeiten, die finde ich cool beim Handy. Die Kameraqualität an sich ist auch okay, aber jetzt nicht topnotch. Heißt du, was gibst du zur Kategorie Kamera? Genau, also ich gebe sieben Punkte. Das liegt vor allem auch daran, man ist mittlerweile gewöhnt bei Samsungs Spitzmodellen, dass es drei Hauptkameras gibt, sprich eine Telelinse. Aus Platzgründen ist das halt beim Z Flip nicht der Fall. Das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, aber die Qualität eben für ein so hochpreisiges Modell ist mir ein bisschen besser vorgestellt. Deswegen kommen wir die sieben Punkte. Okay, nein, ich gebe da zwei Punkte mehr. Ich gebe neun Punkte, weil ich zufrieden bin. Ich finde die im Innendisplay, die Selfie-Kamera ist ein Marketing-Gag. Das haben andere Hersteller schon vor einem knapp einem Jahr, die sie an der Display-Kamera rausgebracht. Funktioniert da eine Spur besser. Aber wie gesagt, das restliche Kamera-Setup sensationell gut. Neun Punkte. Und für alle, die eingeschalten haben, dass ihr euch auskennt, der Wolfe bewertet das Z Flip 3 und ich bewertet eben das Z Flip 3. Genau, also sieben Punkte, neun Punkte. Damit sind wir mit der Kategorie eigentlich auch schon durch. Genau, richtig. Und ihr kommentiert oder stellt eure Fragen bitte weiterhin, weil nur dann habt ihr die Chance, ein Samsung Galaxy Z Flip 3 zu gewinnen. Also kommentieren, kommentieren, kommentieren. Toi, toi, toi. Damit schreiten wir voran zur dritten Kategorie, zur Ausstattung. Gut, Felix, dann kommen wir mal zur Ausstattung. Also die kleinen Falkband-Smartphones, die bringen alles mit, was auch klassische Smartphones mitnehmen in der Preisklasse. Das heißt High-End-Ausstattung. Also einen sehr schnellen Prozessor. Snapdragon 888 ist verbaut in beiden. Also gar nicht Exynos, diesmal nein. Genau, diesmal kein Exynos. Es gibt diesmal keine eigene Europa-Variante, so wie es das oft gab. Sondern die ist international dieselbe, sprich mit dem selben schnellen Prozessor. Muss man keine Abstriche machen, sowohl was das Fold 3 betrifft, als auch das Flip 3. Sind beide extrem schnell. Dann, was auch noch cool ist, was nämlich auch eine Verbesserung ist gegenüber dem Vorgänger beim Z Flip ist der Sound. Das war zwar vorher auch Stereo-Sound, nur der klingt jetzt irgendwie, so soll man sagen, ausgereifter. Also im direkten Vergleich merkt man es, das ist halt schwer hier nachzustellen. Aber er klingt ein bisschen satter und ist irgendwie mehr Fleisch dran, wie man so schön sagt. Da darf ich gleich einhaken. Der ist bei deinem schon sehr, sehr gut. Bei meinem ist er noch einmal ausgewogener, noch kräftiger, noch lauter. Auch durch die Bauweise bedingt. Also deswegen durch das Gehäuse, das kann ich schon verbauen. Also Sound, riesiger Pluspunkt. Prozess, hast du gesagt, ist bei mir der gleiche. Auch sehr flüssig. 12 GB RAM braucht man auch für das Multitasking. Wenn ich drei Apps parallel offen habe, vielleicht anspruchsvollere Apps. Das funktioniert alles butterweich. Auch die aktuellsten Spiele, da gibt es gar nichts. Ich habe den aktuellsten USB-C-Standard verbaut, aktuellste Bluetooth, aktuellste WLAN. Und 5G natürlich. 5G natürlich auch drinnen. Das heißt, da gibt es nichts, was mir abgeht. Der Speicher ist fest verbaut. Das heißt, da muss ich mir vorab überlegen, zu welchen greife ich. Ich glaube, du hast eine mit 128 oder 256 GB. Bei mir geht es mit 256 los oder 512. Was ist noch dabei? Ein Dual-SIM. Diesmal muss man sich aber nicht entscheiden. Also man kann entweder zwei Nano-SIM-Karten physisch reingeben oder eine Nano und eine E7. Das war im letzten Jahr noch eingeschränkt. Das ist auch eine Verbesserung. Ansonsten der Fingerabdrucksensor. Ja gut, der ist kapazitiv und am Rand. Also das ist noch nicht gelungen. Das kommt vielleicht beim nächsten, dass er auch im Display integriert ist, so wie bei der aktuellen Galaxy S-Reihe. Und vielleicht was noch wichtig ist, ihr seht es auch hier am Gewinnspiel-Smartphone. Das ist eine sehr, sehr schmale Verpackung. Liegt daran, weil da nicht viele Spoppelnadeln dabei sind. Sprich, es ist kein Netzteil dabei. Also Ladekabel schon, Netzteil nicht, weil es eh jeder zuhause hat. Ja, spart Platz und schon hoffentlich die Umwelt. Man kann es wirklich noch hoffen, ja. Ich vermute, ja. Was gibt es vielleicht? Und dann kommen wir zur Bewertung, zum Akku noch zu sagen. Wie schaut der aus? Genau, also der Akku ist vielleicht einer der Schwachpunkte am Smartphone. Das sind 3.300 mAh verbaut bei dem Galaxy Z Flip 3. Man muss denken, bei einem gleichwertigen Handy mit einem ähnlich großen Display sind es mittlerweile üblich, dass es 4.000 bis 5.000 mAh sind. Das heißt, einer wie ich, der das Handy halt viel verwendet, der wird ab fünf Uhr am Nachmittag schon ein bisschen nervös, weil dann der Akku halt so bei 20, 15 Prozent liegt. Man kommt also nicht so wirklich ganz durch den Tag. Man muss es immer wieder laden. Der Vorteil am kleinen Akku ist halt, der ist auch schnell wieder aufgeladen. Aber der Nachteil ist halt wieder, dass es halt auch relativ rasch dann wieder leer ist. Okay, so kritisch war das bei mir nicht. Ich habe am Papier 4.400 mAh. Hört sich jetzt auch nicht weiß Gott wie groß an, aber ich fand die Laufzeit total in Ordnung. Ich persönlich glaube ich vom Anwendungsfeld sind wir uns da sehr ähnlich. Ich bin gut durch den Tag gekommen, das war kein großes Ding. Ich kann kabelgebunden 25 Watt laden, Wireless mit 15 Watt, das ist auch ganz okay. Also von dem her könnte schlimmer sein, könnte besser sein. Wenn man mit der S Pen arbeitet, wie viel Akku braucht das? Braucht das dann mehr Akku wahrscheinlich nicht, oder? Funktioniert das gut? Minimal. Das funktioniert sehr, sehr gut, aber das würde ich dann fast gerne bei der nächsten Kategorie besprechen. Passt völlig. Also von dem her bitte nicht vorgreifen. Damit kommen wir gleich zur Bewertung, dass wir dann in die nächste Kategorie kommen. Wie viele Punkte gibst du? Ja, also ich gebe neun Punkte der Ausstattung. Einfach weil es grundsätzlich alles hat, was es braucht. Der Akku ist schon eine Schwachstelle. Andererseits der Style, den man dann hat mit dem Handy, das wiegt dann irgendwie auch wieder auf. Also deswegen von mir gibt es eine glatte neun. Schließe ich mich an. Von mir gibt es auch neun, weil Akku, wie gesagt, eine Spur besser sein könnte. Netzteil, ja, also für den Preis, auch wenn man an die Umwelt denkt, das könnte man glaube ich noch beibacken. Es ist halt nur ein USB-C auf USB-C Kabel. Das heißt, man braucht einen entsprechenden Adapter. Da gebe ich neun Punkte. Ist aber glaube ich sehr gut gerechtfertigt. Damit ist die Kategorie abgeschlossen. Es gibt wie immer das Gewinnspiel. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Direkt unter dieses Video. Dann habt ihr die Chance auf dieses wunderbare Gerät, das Z Flip 3 in der 5G Variante. Und damit kommen wir auch schon zur vierten Kategorie. Kategorie Innovation. Gut, wir sind bei der vierten und letzten Kategorie angekommen. Bei der Innovation wahrscheinlich der spannendsten Kategorie des heutigen Tages bei diesen beiden Geräten. Und Wolf, du warst in der letzten Kategorie schon ein bisschen unruhig und hast es vorweggenommen. Da liegt das so schön herum die ganze Zeit. Ja, ich nehme es in die Hand und zeige es einmal her. Das ist der Stift von Samsung, der sogenannte S-Ban. Die letzten Jahre war es so, dass Samsung immer im Spätsommer die Note-Serie rausgebracht hat. Heuer erstmalig nicht. Und das ist glaube ich ein bisschen so eine Hommage auch an die Note-Community, dass man den Stift hier erstmalig auch beim Fold anbietet. Und zwar nur beim Fold. Also beim Flip funktioniert der nicht. Man muss dazu sagen, der ist separat zu erwerben. Das heißt, er ist nicht dabei. Aber wenn man ihn kauft, hat man das volle Erlebnis. Das kann ich euch eh zeigen. Das hat mich besonders imponiert. Multitasking. Ich kann das volle Programm ausschöpfen. Ich habe bis zu drei Apps offen. Es ist ein richtiges mobiles Arbeitstier, was ich immer dabei habe. Groß. Ich glaube es zusammen. Steck es wieder ein. Also das ist eine Verbesserung. Die andere Verbesserung haben wir schon leicht anklingen lassen. Das war bei der letzten Generation noch nicht. Ist für mich persönlich eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Dass sie das hinbekommen haben. Von was spreche ich vermutlich? Genau. Also das ist, dass eben erstmal ein faltbares Smartphone wasserfest ist. Also hat eine IPX8 Zertifizierung. Das heißt eben, es überlebt in eineinhalb Wassertiefe für ungefähr 30 Minuten. Also es ist ein standardisiertes Verfahren. Hat sich nicht mit Samsung ausgedacht, dass es jetzt wasserdicht ist. Sondern es ist auch tatsächlich mit Siegel sozusagen bestätigt. Und ja, wie der Felix schon gesagt hat, ist eben schon sehr bemerkenswert. Und eben die ersten Foldables, die das haben. Grundsätzlich betont das halt noch einmal, dass die Foldables jetzt einmal wirklich maßentauglich sind. Die ersten Modelle oder halt die allerersten Prototypen. Das waren wirklich nur so Prototypen. Die hatten noch zahlreiche Kinderkrankheiten. Die sind jetzt wirklich ausgeräumt. Eben Fragilität ist jetzt kein Thema mehr. Und eben der Wasserschutz, das ist schon ziemlich hoch anzurechnen, dass es den jetzt hat. Das X vielleicht noch von dieser IP-Zertifizierung, das bedeutet, dass es nicht staubgeschützt ist. Also in der Hosentasche und so weiter ist alles kein Problem. Man sollte das jetzt nicht unbedingt in einer Werkstatt verwenden oder halt beim Herbststurm am Sandstrand. Das vielleicht nicht, das sollte man besser dann darauf aufpassen. Aber grundsätzlich ist es wirklich gut gelungen. Echt, man braucht keine Angst mehr drum haben. Und man gibt da viel Geld aus dafür und das ist schon eine coole Sache. Ja, dem kann ich mich ja anschließen. Bei mir eben genau das Gleiche. Also wie du gemeint hast, so ein Hausstaub, das wird kein Thema sein. Wenn ich jetzt nochmal auf den Strand fahre, lasse ich es lieber im Safe im Hotel. Ja, zum Beispiel. Und beim Wasser auch. Ich kann in den Regen rausgehen, wenn so mal ein Waschbecken fällt oder ich beim Sport schwitze. Kein Thema. Und deswegen wirklich super Gesamtpaket. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Sensationell, dass sie das so hinbekommen haben, obwohl eben dieser Faltmechanismus da ist. Und deswegen gebe ich 10 von 10 Punkten. Genau. Das ist auch mein Fazit. Also auch von mir 10 von 10 Punkten. Ich brauche es eh nicht noch einmal sagen. Ich finde auch, dass es an Samsung wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Und das ist wirklich etwas Neues. Es mag vielleicht klein erscheinen, aber es ist schon etwas Großes Neues. Fein. Damit sind wir in unseren vier Kategorien auch schon durch. Ihr habt die letzten Minuten fleißig kommentiert. Heute machen wir es einmal anders. Normalerweise beantworten der Wolf und ich dann eure Fragen. Heute, ich habe es ganz am Anfang schon anklingen lassen, haben wir einen speziellen Gast da. Und zwar den Lukas von Samsung, der uns vielleicht bei der einen oder anderen Frage unterstützen wird und die beantwortet. Wenn ich den Lukas jetzt auf die Bühne bitten darf. Gut, ich habe es versprochen. Da steht er. Lukas, cool, dass du da bist. Danke für die Einladung. Servus. Grüße. Vielleicht wirst du unseren Zusehern kurz in zwei Sätzen erklären, wer bist du und was machst du bei Samsung? Gerne. Mein Name ist Lukas Daborski. Ich bin der Large Key Account Manager von Samsung für die A1 und betreue euch bei allen Anliegen, sei es jetzt mobile Endgeräte oder Solutions, die wir mit euch gemeinsam umsetzen und euren Endkunden zur Verfügung stellen. Sehr cool. Ihr habt seit den letzten Minuten fleißig kommentiert, eure Fragen gestellt und normalerweise werden der Wolf und ich das beantworten. Jetzt, Lukas, wenn du da bist, nutzen wir die Gunst der Stunde. Wenn dir diese Fragen stellen, Wolf, vielleicht beginnst du gleich mit der ersten. Was wolltet ihr wissen? Genau, also wir haben ja schon gesagt, beim Design ist ja aufgefallen, dass eben im Gegensatz zu Vorgang-Versionen das Flip und auch das Fold um einiger stabiler sind. Deswegen habe ich Lukas die Frage, was habt ihr genau verbessert und vor allem auch, was habt ihr am Scharnier verbessert und vielleicht auch, was habt ihr am Innendisplay verbessert? Also wir haben ja jetzt mit dieser dritten Generation der Fold und Flips, Aluminium verbaut im Rahmen und Gorilla Class Victim auf Außen- und Innenseite, haben wir eben auch hier die weltersten IP68, also wasserfesten Geräte verbaut, was in dieser Kategorie einmalig ist und auch sehr wichtig ist, dass man im täglichen Alltag hier sich nicht um Regen oder Sonstiges kümmern muss oder wenn einmal ein Wasser drüberläuft über das Gerät wird. Und das macht das Ganze natürlich hier viel alltagstauglicher und stabiler, gerade in dieser Premium-Kategorie war das sehr wichtig hier, dass wir hier nachgerüstet haben. Und ja, das ganze Scharnier hat sich dadurch natürlich auch verbessert noch, weil wir durch diese IP68-Zertifizierung alles noch einmal besser abgedichtet haben und das merkt man auch in der Aptik und in der Stabilität, wie sie es ihr schon getestet habt. Sehr cool. Lukas, unsere User wollen wissen, die letzten Jahre hat man im Spätsommer die Not-Serie herausgebracht. Warum hat man heuer eben den Fokus auf die Folbels gelegt und warum gibt es die Not-Serie? Zumindest heuer nicht. Na, es ist so, dass hier diese beiden Welten und wir haben sehr treue Not-User bei AR1 speziell auch gehabt und eben die S-Serie, die sind sich schon immer sehr ähnlicher geworden, das Ganze. Ja, also wir haben natürlich bei der Not-Kategorie mit dem Stift immer wieder sehr dieses Highlight herausgehoben, aber wir haben es ja dieses Mal, dieses Jahr bei der S21-Ultra-Serie schon mit dem Stift hauglich gemacht, sozusagen dieses Flagship-Gerät und damit wird das Ganze immer ähnlicher und gerade die Fold-Kategorie haben wir gesehen, dass die Nachfrage hier immer stärker wird und das Interesse ist und deswegen haben wir gesagt, das macht jetzt nicht Sinn, parallel das zu fahren, sondern wir vereinen das mehr oder weniger mit der Stift-Funktionalität, weil wir haben eben den Smart-Stift jetzt nicht nur in der Fold-Serie auch integriert, sondern auch schon vorher in der S-Ultra-Serie und wie gesagt, das ist ein tolles Highlight jetzt, dass man das Fold neuerdings bei dieser Serie auch mit dem Stift bedienen kann auf der Innenseite und sämtliche Features, die man eben kennt von der Not-Serie, auch hier beim Fold schon nutzen kann. Macht Sinn, macht Sinn. Vielleicht das nächste Fold, wenn man den Stift auch unterbringen könnte im Fold-Fuß oder was auch immer. Jedes Jahr ein Highlight aufheben, sozusagen, aber Feedback fürs nächste Jahr. Keine Ahnung, ob das wirklich kommt, aber wie gesagt, es entwickelt sich ja immer weiter. Genau. Sehr fein. Wolf, ich gebe es dann gleich über die Retour. Okay. Dein Number-One-Use-Case beim Multitasking, also wie benutzt du so den Pen im täglichen Leben und über grundsätzlich auch das andere Zubehör? Ja, also speziell mit diesem, ich bin ein sehr interessierter Node-User immer gewesen und damit nutze ich und verrende die Features mit dem Stift sehr stark und jetzt speziell beim Fold ist es halt toll, weil ich alleine beim Browser-Verlauf oder Applikationen kann ich drei Stück gleichzeitig verwenden. Ich kann diverse Pop-Ups noch on top verwenden, wenn ich zum Beispiel mir Angebote anschaue von, sei es im Internet, Möbel, Kleidungsstücke, Handys oder sonstiges, kann ich sie vergleichen auch parallel auf der Webseite, also auf mehreren Browser-Seiten und kann noch den Taschenrechner dazunehmen, falls ich noch was kalkulieren möchte. Das ist das eine und man kann speziell, was in der heutigen Zeit mit Videokonferenzen eben sehr stark der Fall ist, kann man eben ganz leicht, wenn man zum Beispiel den Knopf drückt und am Display dann zweimal drauf drückt, hat man sofort die Notizen dann und kann diverse Notizen machen, die Handschrifterkennung ist perfekt, also meine Klaue ist nicht immer gut zu lesen, aber das Handy versteht es einwandfrei, das ist auch nicht so einfach, aber das ist eben ein toller Use-Case und wir haben generell die Vernetzung unserer Artikel sowieso ganz gut jetzt auch dargelegt, mit der neuen Watch, mit den neuen Buds, also das Ganze spielt ein komplettes Ekosystem, mit dem man halt sehr gut im Alltag agieren kann und über die Runden kommt und den Tag genießen kann. Genau, ganz cool, finde ich nur vielleicht ganz am Rande, das ist ja nicht das Gimmick, dass das Flip 3 dasselbe ein Ziffernblatt anzeigt, wie die Watch, das ist das Tolle, dass man hier eben komplette Watchfaces und alles sharen kann und hier ein einheitliches, persönliches Muster setzen kann und seine Vorlieben auch darstellen kann mit solchen Sachen, das ist ganz cool. Ja, sehr fein, ich glaube Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, Lukas vielen, vielen Dank für deine Antworten, vielen Dank nochmal für die Einladung und jederzeit gerne wieder. Dankeschön, danke euch für eure Fragen, wenn ihr vielleicht schon mal zugesehen habt, wisst ihr was jetzt kommt, wir werden das Gewinnspiel verlängern, es gibt auch weiterhin noch das Z Flip 3 zu gewinnen und zwar bis 3. Oktober, Montag den 3. Oktober, machen wir es bis 4. Oktober, bis zur Mittagszeit, soll mir auch recht sein, da habt ihr die Möglichkeit direkt unter dieses Video eure Frage oder eure Frage einzustellen, dann kommt ihr in den Lostopf, wir drücken die Daumen. Genau, richtig. Alles Gute. Vielleicht abschließend, wenn du das Ganze noch irgendwie einmal summierst, was ist heute hängen geblieben, was ist das Besondere? Also es ist viel weitergegangen bei den Foldables, bin gespannt was noch kommen wird, grundsätzlich vielleicht für wen kommen die Handys in Frage, also das Flip 3 ist ganz klar eher so ein Lifestyle-Gerät für den Normal-User und das Fold 3 ist natürlich halt eher das Business-Gerät. Hat beide seine Vorzüge, am besten probiert das mal aus oder schaut euch den Testbericht an, am A1-Blog zum Beispiel, gibt es auch viel mit Beispielfotos und so weiter und dann könnt ihr selbst entscheiden, welches das Gleiteste für euch ist. Grundsätzlich ist es schon eine coole Sache und ich kann es echt empfehlen, ich würde mir heute eins kaufen, vor zwei Jahren vielleicht nicht, aber heute würde ich mir schon eins kaufen. A1 hat die besten Preise. Gut, in dem Sinne, ich glaube wir sind durch, danke euch beiden noch einmal. Vielen Dank. Danke euch fürs Zusehen. Schönen Tag noch. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. Bye! Bye!